Einen Teddybär Einen Teddybär, einen Teddybär, ja den wünsche ich mir sehr. Wenn andere Kinder spielen mit ihren Kuscheltieren, dann hole ich ihn vor und flüster in sein Ohr. Die anderen Kuscheltiere, die setz ich vor die Türe und will sie auch nicht mehr, nur noch nicht mein Teddybär. La 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 Einen Teddybär, einen Teddybär, ja, den wünsche ich mir sehr. Einen Teddybär, einen Teddybär, als Freund, das wünsche ich mir sehr. Einen Teddybär, einen Teddybär, ja, den wünsche ich mir sehr. Mit anderen Kuscheltieren mag ich nicht mehr spielen, dran hab ich keine Freude mehr, so wünsche ich mir nen Teddybär. Dem sagte ich's am ersten Tag, dass ich ihn richtig gerne mag. Die anderen fliegen raus, mit denen halt ich's nicht mehr aus. Einen Teddybär, einen Teddybär, als Freund, das wünsche ich mir sehr. Einen Teddybär, einen Teddybär, ja, den wünsche ich mir sehr. Einen Teddybär, einen Teddybär, als Freund, das wünsche ich mir sehr. Einen Teddybär, einen Teddybär, ja, den wünsche ich mir sehr. Tetti, 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 unstoppable Tettibär Untertitelung des ZDF, 2020